Lass jetzt nicht schnell weg, sonst wäre ich nicht mehr oben am Tüdel. Kann man für das Video, Donnie? Check! Fürs Video. Marc? Vor dem Uwe. Tane? Ich muss so aufziehen. Echt? Weißt du schon, wir haben es erst gesagt. Ich habe einen Kopf drin. Für die nächsten drei Minuten möchte ich einmal der Robert Antagnoli sein. Oder da kein Klinik. Oder der Arnold. Wann wir auch wurscht. Irgendwann verdiene ich die, die wir unter den ersten Ticks sind. Take your marks. Safe. 3 2 1 2 Auf geht's! 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 Auf geht's!